Mein heutiges Video beschäftigt sich mit einem Thema, das mir bei der Arbeit in der Klinik immer häufiger begegnet, ein Pleurerguss. Ein Pleurerguss ist eine Flüssigkeitsansammlung in der Pleurerhöhle, also vereinfacht gesagt um der Lunge herum. Ich komme auch gleich noch dazu, warum es keine Flüssigkeitsansammlung in der Lunge ist. Diese aber trotzdem den Hauptschaden davon trägt, die Lunge. Apropos Hauptschaden, die Statistiken zeigen, dass Patienten mit einem Pleurerguss, sofern die Ursache keine Krebserkrankung ist, eine Krebserkrankung kann eine Ursache für einen Pleurerguss sein, eine Einjahressterblichkeit zwischen 25 bis so fast 60% aufweisen. Also relativ hoch und daher jetzt auch das Video sehr wichtig. Viele Pleurergüsse sind so klein, dass der Betroffene meist nichts davon mitbekommt. Wenn allerdings Symptome auftreten, können diese wirklich schwerwiegend sein. Der Grund dafür liegt im Flüssigkeitsmanagement des Körpers. Wenn mehr Flüssigkeit in den Spalt eindringt, als wieder abgeführt werden kann, entstehen Ansammlungen und diese drücken dann auf die Lunge. Die Lunge verkleinert sich bzw. kollabiert und damit kommt es dann zu Atem- bzw. Luftproblemen. Mehr dazu aber jetzt im Video. Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weigel und mit meinem YouTube-Kanal möchte ich medizinisch, verständlich und drittens korrekt aufklären und zwar über Symptome, Krankheitsbilder, auch aktuelle Gesundheitsthemen. Und wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, dann gerne abonnieren Sie jetzt meinen Kanal. Der Pleuraerguss, also die pathologische Flüssigkeitsansammlung im Pleura-Raum, ist ein sehr häufiges Krankheitsbild. Auch wenn genaue Zahlen für Deutschland fehlen, kann man von einer jährlichen Inzidenz von so 400.000 bis 500.000 betroffenen Patienten, betroffenen Fällen ausgeben. Das Ursachenspektrum, also die Ursachen, das ist sehr vielfältig und reicht von einfachen, nicht schlimmen Ursachen bis zu eher prognostisch bedeutsamen Ergüssen infolge zum Beispiel einer Herzinsuffizienz oder einer Tumorerkrankung. Auf genau die verschiedenen Ursachen gehe ich natürlich jetzt gleich auch noch ein. Ganz wichtig für Sie als Betroffene, aber natürlich auch für die Ärzte, immer sollte die Ursache geklärt werden, denn sowohl die Behandlungsnotwendigkeiten als auch die Tiertherapie-Optionen stellen sich je nach Diagnose natürlich unterschiedlich dar. Zuerst einmal schauen wir uns jetzt aber die Symptome an und diese können bei einem Pleuraerguss absolut unbemerkt bleiben. Kleinere Pleuraergüsse schränken die Funktion der Lunge nicht ein und werden vom Körper über kurz oder lang wieder abgebaut. Erst wenn sich eine bestimmte Menge, wenn diese Menge immer größer wird und eine bestimmte Menge an Flüssigkeit dann angesammelt hat, dann beginnen die Symptome. So bemerken Sie einen Pleuraerguss. Stellen Sie sich die Situation in der Pleura-Höhle ungefähr vor wie einen kleinen Ballon, der langsam aber sicher mit Wasser gefüllt wird. Und irgendwann drückt er, dieser Ballon, auf die umliegenden Organe. Und da die Rippen ja und das Zwerchfell stärker sind, so eine Rippe ist ja, Knochen ist ja hart, breitet sich der Druck nach oben in die Lungenflügel aus. Das Lungengewebe lässt sich nämlich gut zusammendrücken, zumindest viel leichter als die Knochen der Rippen. Und Folge, dann kann sich die Lunge beim Einatmen nicht mehr vollständig ausdehnen. Wir atmen ja ein, die Lunge dehnt sich aus. Aber das geht jetzt nicht mehr, weil da dieser Erguss ist. In der Regel besteht ein Pleuraerguss einseitig. Das ist gut, denn dann kann meistens der andere Lungenflügel, der nicht betroffen ist, die fehlende Funktion, also den Austausch von Sauerstoff und CO2 ausgleichen. Ab einer bestimmten Größe ist allerdings auch das nicht mehr möglich und genau dann kommt es zu Problemen, die gerade bei Intensivpatienten, also bei Patienten auch am Beatmungsgerät, bei Patienten mit einer schlimmen Grippe oder intensivpflichtige, auch Covid-19-Patienten, nicht selten auftreten. Ganz im Gegenteil. Auf einer Intensivstation kommen Pleuraergüsse sehr häufig vor, sind im Prinzip ein alltägliches, ein tägliches Krankheitsbild. Nun aber zu den Symptomen. Die Symptome, mit denen sich ein Patient mit Pleuraerguss präsentiert, sind überwiegend durch den zugrunde liegenden Prozess bestimmt. Also das heißt, viele Patienten haben keine Beschwerden, die sich alleine auf den Erguss zurückführen lässt. Meist beginnt es mit einem ständigen, trockenen Hustenreiz und dem Gefühl, dass die Atmung etwas schwergängiger ist. Und an diesem Punkt geht man in der Regel ja auch noch nicht von einer gefährlichen Erkrankung aus, erst recht auch noch nicht von einem Pleuraerguss. Und man beschließt dann häufig, den Husten auszusitzen oder mit Medikamenten zu behandeln. Wächst also nur die Flüssigkeitsansammlung immer mehr, kommen langsam aber sicher auch schlimmere Symptome dazu. Und die häufigsten Beschwerden eines Patienten mit einem Pleuraerguss ist Atemnot. Die zunehmende Flüssigkeit bewirkt, dass die Lunge sich nicht mehr vollständig ausbreiten kann. Und dadurch wird vom Körper weniger Sauerstoff aufgenommen, als gebraucht wird, beziehungsweise die Lungen arbeiten nicht mehr richtig. Das heißt, der Gasaustausch in der Lunge an den Alveolen, der findet nicht mehr optimal statt. Außerdem wirkt der Erguss auch auf das Zwerchfell ein und erschwert das Atmen, weil sich das Zwerchfell nicht mehr richtig verschieben kann. Dadurch entsteht der Eindruck, die Lunge könne den Körper nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgen. Und zusätzlich können nun auch stechende Brustschmerzen auftreten, die ebenfalls vom Erguss ausgelöst werden. Jeder Betroffene wird Ihnen berichten, dass spätestens jetzt auch ein Gefühl, und das ist wichtig, der Angst einsetzt, das eine Behandlung dann dringend nötig macht. Der Patient bekommt Luftnot und bekommt teilweise sogar auch, wenn es sehr stark ist, Todesangst. Doch wie kommt es dazu, dass sich in dem Pleurer Spalt überhaupt Flüssigkeit sammelt? Darauf gehe ich jetzt ein. Ganz kurz, aber auf die eben erwähnten auch Patienten auf der Intensivstation. Sofern diese natürlich künstlich beatmet sind und auch sediert, das heißt nichts, beziehungsweise nicht viel von ihrer Umwelt und Situation mitbekommen, dann merken diese natürlich selber auch nicht die Symptome. Und in diesem Fall merken wir Ärzte die Symptome, indem wir im Rahmen der Blutgasanalyse und an den Parametern am Beatmungsgerät feststellen, dass was mit dem Patienten mit seiner Atmung nicht ganz stimmt. Und sehr oft, wie eben auch schon gesagt, liegt es dann nahe, dass die Ursache ein Pleurererguss ist. Nun aber weiter zum nächsten Kapitel. So kommt es zur Flüssigkeitsansammlung. Um das zu verstehen, muss ich erst einmal näher auf die Pleurer Höhle eingehen. Und die Pleurer ist eine eher doppelte Gewebeschicht, die den Oberkörper ausgeleitet. Und zwischen diesen beiden Schichten, da ist ein kleiner Spalt, die sogenannte Pleurer Höhle. Und dieser kleine Spalt ist nämlich sowieso immer mit etwas Flüssigkeit gefüllt, aber nur ganz wenig. Und das ist auch wichtig, denn sonst würden die beiden Seiten des Spalts aneinander reiben und Schmerzen verursachen. Deswegen ist da ganz leicht ein bisschen Flüssigkeit drin. In dem Spalt herrscht ein Unterdruck, das ist auch wichtig, durch den die Lunge am Kollabieren gehindert wird. Es gibt jetzt aber einige Ursachen bzw. Krankheiten, die den Einfluss von Flüssigkeit in den Pleuraspalt erhöhen, ohne dass dadurch die Abgabe gesteigert wird. Dadurch fließt immer mehr Pleurerflüssigkeit in den Spalt ein und der Erguss bildet sich. Es kommt also mehr rein, als rausgeht. Und dabei unterscheidet man zwischen Transsodaten und Exsodaten. Das sind zwei Begriffe, Fachbegriffe, aber vielleicht einmal gehört. Transsodaten, die sind eiweißarm und auch zellarme Flüssigkeiten, die beispielsweise bei einer Herzinsuffizienz, bei einer Leberzirrhose oder einem Problem mit den Nieren entstehen. Und sie kommen in den Pleuraspalt, diese Flüssigkeit, weil der Kapillardruck ansteigt und die Flüssigkeit dort hineindrückt. Das sind Transsodaten. Und Exsodate sind eiweißreich und häufig die Folge von Entzündungen oder Tumoren, also Krebs. Und diese Erkrankungen machen die Kapillaren durchlässiger und ermöglichen es, dass beispielsweise Blutbestandteile in den Pleuraspalt eindringen und dort Druck auf die Lunge ausüben, weil sich dieser Pleurerguss, wie ich vorhin erklärte, immer weiter ausprägt und dadurch die Lunge im Prinzip zusammenquetscht. Um den Pleurerguss nun dauerhaft behandeln zu können, muss also die zugrunde liegende Krankheit erst einmal erkannt und dann auch behandelt werden. Dazu, wie gesagt, muss diese diagnostiziert werden zunächst. So diagnostiziert man einen Pleurerguss. Nach der initialen Festlegung, vor allem ob es sich um einen einseitigen oder beidseitigen Pleurerguss handelt, ist es natürlich sehr wichtig herauszubekommen, welche Erkrankung ursächlich ist. Und hier noch einmal die möglichen Ursachen. Also typisch für den Pleurerguss. Die Diagnose eines Pleurergusses, die ist wesentlich einfacher als die Diagnose der Krankheit dahinter. Oftmals reicht dazu, um festzustellen, ob es sich um einen Pleurerguss handelt, schon das Abhören mit einem Stethoskop. Durch die Flüssigkeitsansammlung wird natürlich das Atemgeräusch verändert und kann vergleichsweise einfach bemerkt werden. Außerdem, beim Patienten verändert sich die Stimme und auch das Klopfgeräusch, da der Schall im Oberkörper, wenn man dann so draufklopft, die Perkussion verändert, weitergegeben wird. Da ist ja dann Flüssigkeit und das hört sich dann anders an. All das ist auch mit einem Stethoskop, wie gesagt, hörbar. Den wirklichen Nachweis dafür können sogar mehrere Verfahren liefern. Je nach Zustand des Patienten kann ein Röntgenbild des Oberkörpers, eine Sonographie oder auch gar eine CT, also eine Computertomographie veranlasst werden. Auf Intensivstationen macht man im ersten Schritt typischerweise, dass man den Patienten mit dem Stethoskop abhört und dann bei Verdacht auf einen Pleurerguss macht man einen Ultraschall. Dort sieht man dann schnell, wie groß der Erguss ist, also zum Beispiel ein, zwei oder gar drei Zentimeter in der Länge und dann berechnet man das Volumen dieses Ergusses. Im nächsten Schritt kann man dann noch einen Röntgen-Thorax machen. Oftmals reicht aber das Ultraschall und dann wird therapiert. Dazu komme ich gleich. Wenn unklar ist, was den Erguss auslöst, kann es manchmal auch nötig sein, den Erguss zu punktieren, um anschließend die Flüssigkeit im Labor zu untersuchen. Stichwort hier Exsodat versus Transsodat. Behandlung eines Pleurergusses. Sobald die Grunderkrankung feststeht, wird nicht mehr der Pleurerguss, beziehungsweise nicht nur der Pleurerguss, sondern natürlich vor allem die Grunderkrankung behandelt. Und in der Regel bilden sich die Pleurergüsse ja auch wieder von selbst zurück, sobald die Krankheit, die dahinterstehende Krankheit, also besiegt, behandelt wurde und das Flüssigkeitsmanagement dann auch wieder selbstständig funktioniert. Bei großen Pleurergüssen kann es allerdings nötig sein, diese durch eine Pleurerpunktion zu behandeln. Und was passiert da? Hierzu wird eine dünne Hohlnadel durch das Rippenfell bis zur Flüssigkeitsansammlung gestochen. Das macht man natürlich mit einem Ultraschall. Man guckt genau nach, wohin man sticht. Und man kann dann einmalig Flüssigkeit herausziehen oder auch eine Drainage, also eine sogenannte Pleuradrainage, legen, reinlegen, über die dann permanent Flüssigkeit abgezogen wird. Natürlich ist diese Pleurapunktion nicht ganz ungefährlich. So kann man auch aus Versehen ja die Lunge treffen, die ja direkt neben diesem Erguss ist. Und zum Beispiel einen sogenannten Pneumotorax auslösen. Was ein Pneu ist, das habe ich ja schon in einem anderen Video bereits erklärt. Als letzte Möglichkeit bleibt die sogenannte Pleurodese. So nennt sie einen Vorgang, bei dem der Pleuraspalt verödet wird. Und dazu wird den Patienten unter Vollnarkose natürlich ein chemisches Pulver in den Spalt eingebracht, die das Lungenfell und das Rippenfell verklebt, damit sich keine Flüssigkeit mehr ansammeln kann. Das macht man meist bei Patienten, die ein dauerhaftes Problem haben und natürlich nicht immer wieder zum Arzt wollen, nicht immer wieder punktiert werden wollen oder auch nicht können. Bei Patienten auf Intensivstationen legt man, wie gesagt, eine Drainage bzw. punktiert immer dann, wenn notwendig. Sie sehen also, ein Pleuraerguss ist nicht ohne. Von einem medizinischen Notfall kann allerdings trotzdem nur in wenigen Fällen gesprochen werden. Trotzdem sollten Sie sich bei Husten, Atembeschwerden und auch Schmerzen in der Brust immer von einem Arzt abhören lassen bzw. zu einem Arzt gehen und sich untersuchen lassen. Es gibt viele Ursachen für diese Symptome und eine Ursache ist eben der beschriebene Pleuraerguss. Ich würde mich freuen, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat und Sie dem Video einen Daumen nach oben geben. Gerne abonnieren Sie meinen Kanal. Für Kommentare und Meinungen hierzu schreiben Sie einmal direkt unter das Video in die Kommentarspalten. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.